Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit dem Simon und eurem Gamerbruder. Gestern gab es einen wunderschönen Dualstream mit diesem Anja, also mit dir. Mit mir. Hi. Freunde, es war der alljährliche Weihnachts-Dualstream. Erstmal frohe Weihnachten an euch. Ich hoffe, ihr genießt die Festtage. Ich hoffe, ihr habt euch gut beschenken lassen. Es kamen wilde Packs in FIFA raus. 300k Pack mit einer garantierten Icon. 500k Pack. Hast du mal das 500k Pack erwähnt? Und das war jetzt sogar verbackt. Also, Freunde, ihr seht hier auf jeden Fall die besten Packs und besten Aktionen von gestern. Meine Weekend League Rewards. Die ganzen Packs, die Lightning Rounds, Freunde. Checkt das auf jeden Fall ab. Checkt Steini ab. Wichtig und richtig. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Und schreibt mal rein, ob ihr das 300 oder 500k Pack gezogen habt. Und wenn ja, was drin war. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und Steini, ich sage noch was Schönes. Ey, bis nächste Woche Sonntag. Neujahrs Dualstream. Easy. Tschüss. Achso, einer muss ausdrücken, ne? Ja, du. Ja. Das wäre wirklich eine geile Werte. Hätte man sich überlegen können. Aber ich bin auch nicht kreativ. Messi. Ey, Messi. 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 Kann ich das in meinen Titel schreiben? Boca Juniors Trikot? Oh mein Gott, Messi im Pack? Pass auf, weißt du, was ich mache? Ich mache den alten FIFA YouTuber Move. Aus England gelernt. Ich mache jetzt einfach noch den 94er drauf von dem letzten Event. Ja. Auf dem Thumbnail dann. Und dann kommt halt der Schwanz für 70k raus. Aber du hast den anderen auch, kannst du dein Team danach eben zeigen. So von wegen, hey, jetzt habe ich den und den, deswegen kann der nicht ins Team, weil... Ja. Ich würde es machen. Würdest du auch sagen, dass Pioner Passi finisht das? Ja. Ist scheiße, oder? WM unverdient gewonnen? Ja. Ronaldos Greatest of all time. Ist er wirklich, ja. Ist er wirklich? Ohne Sakazmus. Ja, von mir auch. Also der hat ein Champions-League-Titel mit Real geholt. Oh, mit der Wildcard. Gegenland? Wat, Lente? Tomori wäre Killer gewesen, Digga. Schade. Ich nehme ihn mit. Genau, aber der war ja auch... Der ist ja Champions-League-Sieger bei Real auf Acht geworden. Ganz verrückt. Ach so. Was ist das denn? 500.000 Coins Pack. Es ist tatsächlich da. Es ist tatsächlich da. Willst du mich verarschen? Digga, was ist das denn? Was ist das denn, Digga? Bro, da wurde sich vor zwei, drei Monaten drüber lustig gemacht. 105 Spieler. 5 garantierte 85 plus. Ja, danke für gar nichts. Dazu einen Foot Hero Spieler. Da wurde ich Foto von machen. What the fuck? Bro, da ist nicht mal eine Icon drin. Gar nichts. Da ist nichts drin. Was soll ich mit einem Foot Hero? Das ist nicht mal ein World Cup Hero. Was soll ich mit einem Foot Hero Spieler? Und hier... Alles untauschbar. LoL, was Junge? Ich sag euch ehrlich, früher war sowas... Sah immer aus wie so... Früher haben das immer die englischsprachigen YouTuber so als Clickbait gemacht. LoL. Also ihr sagt gar keine Wette, einfach rein. 500.000... Ich mach's jetzt, ne? Wenn es ein Bug ist, geh ich jetzt rein. Ich öffne ein 500.000-Coin-Spec. Hero? Boah, jetzt soll er zahlen. Mito. Okay. So. Jetzt hab ich 500.000 Münzen dafür bezahlt. So, und jetzt? Was willst du mit normalen Hero-Karten? Ja, was ist denn dahinter? Okay. 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 Öffne schnell. Schnell, das ist ein Bug, Junge. Die sind tradable. Freu dich mal. Die sind wirklich tradable. Nur die Hero ist untraded. Die hatten aber recht. Das ist ein Pluspack. Ey! Hype. Digga, was ist das denn? Was ist das denn? LoL. Also, ich würde mir jetzt mal gerne ausrechnen, ob das halt Worth ist oder nicht. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Hä? Vor allem, warum standen da drin, dass man da irgendwelche alten Kartentypen noch ziehen kann? Das macht ja gar keinen Sinn. Warum ist der Wichse untraded? Warum ist der Wichse untraded? Hä? Special-Karten wahrscheinlich alle untraded. Alles verbuggt. Warum ist denn der Fabinho untraded? Oder zu hohes Rating. Du kriegst nur die 80, 81. Die sind Winter Best-of. Wie Winter? Was ist ein Winter Best-of? Eie, checke ich gar nichts mehr. Ey! Wo ist denn mein Ding hier? Ist er jetzt vorne? Nach vorne gerutscht oder was? Ja. Es ist komplett verbuggt. Es ist alles verbuggt, Chad. Hä? Wo kommt die jetzt auf einmal her? Ey, du hast ja 100... Was war das? 115, glaube ich, ne? Ja. Ja gut, besser geht's nicht mehr. Ist das dumm. Ja gut. Alles klar, kannst du mal 100 draufzählen. 130. Ey, ich habe Team of the Tournament Salt Bay noch drin gehabt. Mit fünf Kindern, die so ein Möhr suchen und in ihrer Siedlung... LoL, was ist denn da? Wieder Winterrollt. Hey, der Nächste! Hä? Ich habe ein Winter-Wildcard-Geheimpack aufgemacht. Randolph! Ich habe so ein Geheimpack gemacht. Ich dachte, da ist irgendeine Scheiße drin. Der Randolph! Hä? Hast du das auch? Das ist ja voll geil. Wie hieß denn das? Ah, jeder bekommt den Spieler geschenkt. Ich habe nur ein Silberpack gekriegt. World Cup History Maker. Ja, warte, komm. Ich schalte mal drauf. Ne, ich habe da Pack nicht. Klaus ist in dem anderen. Ah, das ist ein Pack aus Objectives. Das ist ein Objective Pack. Zum Beispiel Schreiben oder Post gar nicht mehr bekommen habe, weil meine Klingel halt nicht an ist. So, das ist halt so ein, so ein, oi, Klaus, oi. Was ist hier drin? Smiley! Ah, ja. Ah, ja. Freitags-Dualstreams sind Katastrophe. Ja, ja, ja. Aber dann ist halt, dann ist halt nicht fürchterlich. Wenn du weißt, du wärst eigentlich schnell da. Das kannst du wirklich komplett knicken. Ich muss auch dazu sagen, ich habe einfach genug Projekte und will mir nicht noch eins auffinden. Ich war jetzt bei zwei. Einmal bei dem, äh... Hey! Mbappé. Messi. Ja. Und ist die gleiche Nation wie Messi. Ja. So. Hey! Hey! Oh! Hey! 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 BABY! BLADIIL! Lalalalalalalala! BLADIIL! 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 Ui! Doch so viel! So, Freunde. Wir sind in den Rewards drin. Letzte Woche habe ich diese Playerpix innerhalb von zehn Sekunden weggezogen. Mach drei Gold, ja oder nein? Drei Gold, ja oder nein? Wette! Also zur Auswahl generell. Ja, Mann! Ich mach einfach auf. Ich geh einfach rein. Nein! Wie findest du meine Rewards? Beruhig dich. Du hast ja noch zwei. Weiter. Wie findest du meine Rewards? Einen hast du noch. Da! Wobei, stimmt, das habe ich gerade vergessen. Ist aber eigentlich geil, dass du jetzt auch diese Special-Dinger ziehen kannst. Also, nee, Realtalkheads. Ja. Wirklich Realtalkheads. Ohne Ironie. Das ist ja besser, als wenn du drei Abstoß informierst. Du musst halt nur lachen. Du gehst am Freitag rein. 12-1. Na klar! Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden, dass die Rewards an sich scheiße sind. Aber ich sag, es ist auf jeden Fall schon mal wenigstens einen Packen besser. Ja, ja. Hast du mehr Möglichkeiten? Als, ähm, wie heißt es? Vor drei Wochen vor der WM mit den Informs. Weil das ist ja völlig außer Zeit gefallen. Jetzt hast du hier wenigstens eine spielbare Event-Karte und die kosten wenigstens so, eigentlich zusammen 25k, ne? Child LINKE. I know what you mean. Hey, Mann, ist das Display nun mein worth? Höeh! 35k weg. necesselim! Was kostet bra? Schon sogar viel. Das sind Display. 90k. Was hast du denn? Max, was hast du denn? tandem? , прост 5osoeg가락erskiller Oh. Jawoll! Klostermann. Ich wimpel dir mal ne Woche auf Malle. Aber für? 800k? Ja. Naja, 80 ist cool. Auf Malle ne Woche ist ja ähnlich wie die Frage davor. Ich glaub, da wird man die gleichen Namen droppen. Freunde, wir gehen rein ins Icon Pack. 300.000 Münzen. Good luck. Sagst du, es wird ein Vollbruch? Ich sag, es wird ein Van Basten. Oder ein Bärkamp. Tröse, geh. Babos. Das ist 250k weg. Hey, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich hab bei Brasilien ein bisschen mehr Aufnahmen gehabt. Aber damit kann ich voll arbeiten. Da ist es ein W-Jag. Der kann eigentlich schon nicht rein scheißen, abgesehen von Vivaldo eigentlich. Ja, Baby Kaka geht. Klar, man will was Offensives haben, aber den kannst du halt auf jeden Fall mal zocken, ne? Was kostet der Carlos noch? Ich glaub, so wenig kostet der gar nicht, ne? Den nehm ich aber mit Kusshand untrade mit. 350. Ey, das ist ja voll okay. Guck mal hier, Robertson auch noch gleich. Boah, das nehm ich aber mit von dem Baby. Weil die Fallhöhe ist so krass, ne? Du kannst so viel Scheiße ziehen. Absolut. Ich will nicht wissen, wie viele Icons es gibt, die keine 150k wert sind. Da hab ich da sogar das Pack raus. Dass er ja sogar gewinnt, Chat, hat er ja neun da raus. Ja? Wichtig. Es war nur der Baby. Aber immerhin. Aber immerhin. Abonnieren. Da, sind wir. Und da. Also da.